Das neue Institut Francais d'Autriche befindet sich in der Prater Straße 38 im 2. Bezirk, in einem zentral gelegenen, dynamischen, aufstrebenden Viertel, welches leicht erreichbar ist, unweit der Wiener Ringstraße. In der Belle Etage eines historischen Gebäudes bietet das Institut Francais seinen Besuchern ansprechende, funktionelle und mit den modernsten Technologien ausgestattete Räumlichkeiten. Die gehäumige, helle Mediathek ist für alle zugänglich und empfängt sie das ganze Jahr über. Hier finden Sie eine der bedeutendsten Sammlungen französischer Filme in Österreich und einen reichhaltigen Bestand französischsprachiger Comics. Hinzu kommen die zeitgenössische französische Literatur, Krimis und eine hübsche Kinderecke. Sie können die Presse auch an einem gemütlichen Ort lesen, unsere iPads ausborgen, unsere interaktive Leinwand testen oder bei einer Filmprojektion anwesend zeigen. Wir wollten eine Mediathek schaffen, die ein geselliger Ort ist, ein Raum mit Fokus auf die französische Aktualität. Die Studierenden und Lehrer finden hier ein zusätzliches kulturelles Angebot, das an ihre Niveaus und Bedürfnisse angepasst ist. Durch unsere Online-Netzwerke bringen wir unsere Nutzer und ehemaligen Studierenden in Kontakt. Sie möchten Französisch lernen oder ihr Französisch vertiefen? Bei uns finden Sie ein breites Kursangebot, vom klassischen Sprachkurs bis hin zu themenspezifischen Kursen wie Französisch für den Beruf oder ein Literaturcafé. Und das den ganzen Tag und das ganze Jahr über. Lassen Sie sich von uns entführen in die französische Sprache und Kultur. Campus France ist ein Empfangs-, Informations- und Beratungsraum für Studierende. Er dient der Förderung des französischen Hochschulwesens und bietet Ihnen individuelle Beratung für Ihr Studium in Frankreich. Der Austausch und die Kooperationen mit österreichischen Partnern im Bereich Kultur, Sprache, Wissenschaft und Universitäten gehören zu unseren Hauptaufgaben. Mit innovativen Projekten wie dem Wettbewerb Carambolage und dem Franz Tour Auto, das mehr als 15.000 Schüler in zwei Jahren besucht hat, pflegen wir ein Netzwerk von Partnern in ganz Österreich. Durch unsere wissenschaftlichen und kulturellen Großveranstaltungen außerhalb des Instituts Francais fördern wir den Ideenaustausch und tragen zur Verbreitung der zeitgenössischen französischen Forschung und des Kulturguts bei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017